In diesem Video möchte ich dir meine 60 Day DreamBuddy Programm Erfahrungen von Roland Relsig teilen. Ich möchte dir diesen Kurs mal vorstellen, was dich hier erwartet und ob sich die Anschaffung wirklich lohnt oder nicht. Und ja, du findest übrigens den Link zum Angebot von diesem Kurs in der Videobeschreibung. Und fangen wir einfach mal direkt an. Wenn du das Ganze gekauft hast, kommst du auf diese Seite, nachdem du dich eingeloggt hast. Und dann findest du schon die Module. Es gibt einmal das Modul Mindset. Dann geht es um den Ernährungskurs und um den Fitnesskurs. Ich würde sagen, wir gehen erst einmal auf das Mindset. Und hier geht es dann schon los mit Zielsetzung und warum. Die nächste Lektion ist dann Ziele erreichen. Zieltagebuch, ins Handeln kommen, Fortschritt Tagebuch, Jojo-Effekt vermeiden, dann die Audio-Version und Anziehtipps ganz einfach schlanker aussehen. Das sind im Prinzip immer PDFs, die du herunterladen kannst. Und das erste schauen wir uns gleich mal an, damit du auch mal einen Einblick gesehen hast. Also die Zielsetzung und warum. Hier beginnt das Ganze dann schon dein neuer Start, dein neues Leben. So erreichst du deinen Traumkörper in kürzester Zeit, in den du heute beginnst. Dein Körper verändert sich von allein, Tag für Tag. Zellen teilen sich, alte Zellen sterben ab, neue Zellen kommen hinzu. Die Frage ist nur, wie sehen diese neuen Zellen aus? Und ich denke, ich kann dir einfach mal ein bisschen den Anfang zeigen. Im Prinzip lernst du hier einfach, dass du dich von den Ausreden entfernst. Es wird in Schritte eingeteilt. Also auch der erste Schritt wird dann hier beschrieben mit, dass du eben eine Vision haben musst. Eben eine Vision darüber, was du wirklich willst. Und nicht darüber, was du zu wollen glaubst oder meinst haben zu müssen. Aber da wird halt eben nochmal direkter darauf eingegangen. Es muss eben eine überzeugende Vision sein. Und so weiter. Ich kann dir natürlich nicht alles verraten. Aber es ist ziemlich interessant, wenn du mich fragst. Und dann gehen wir einfach mal direkt über in den Ernährungsbereich. Auch hier ist es ähnlich aufgebaut. Hier findest du dann den Ernährungsplan. Je nach deinem aktuellen Gewichtsstatus kannst du dann 30 Tage, 45 Tage oder 90 Tage dich an diesem Ernährungsplan orientieren. Und hier findest du dann auch noch die Einkaufslisten, was ich auch ziemlich cool finde. Da musst du eigentlich gar nicht mehr darüber nachdenken, was du jetzt einkaufen musst, sondern es wurde schon für dich erledigt. Und eben auch die Liste mit fettverbrennenden Naschereien. Auch ziemlich interessant. Deswegen schauen wir uns jetzt auch mal dieses PDF an. Und ich zeige dir hier jetzt einfach mal das Inhaltsverzeichnis. Natürlich kann ich dir nicht alles zeigen. Dann würde ich den kompletten Inhalt vorne wegnehmen. Und das denke ich würde nur zu Problemen führen. Also es geht auf jeden Fall los mit der Ernährung. Dann gehst du über in die Regeln der Ernährung. Kontrolliere die Größe deiner Portionen. Achte darauf, was du isst. Es wird auch noch unter anderem darauf eingegangen, auf die Evolution und die Ernährung. Oder auch, dass du zum Beispiel fünfmal am Tag essen kannst. Zum Beispiel Frühstück. Direkt eine Stunde nach dem Aufstehen. Dann ein Snack zwei bis drei Stunden nach dem Frühstück. Dann das Mittagessen und so weiter. Dann wird dir natürlich auch noch ein Ernährungsplan an die Hand gegeben. Was du dann konkret essen kannst. Fand ich auch ziemlich interessant. Ist kurz und knapp gehalten. Dann gehen wir noch über in den Fitnesskurs. Beziehungsweise in den Fitnessbereich. Und auch hier schauen wir uns mal den 15 Minuten Workoutplan an. Auch hier startet das Ganze wieder mit einer Einleitung. Dann geht es um das Warm-Up für die Muskeln. Und zu Hause Bauch, Bein und Po trainieren. Ich denke mehr kann ich dir hier zuerst mal nicht zeigen. Es ist auf jeden Fall kein Training, was dich jetzt umhaut. Wo du, ich sag mal, keinen Bock drauf hast. Sondern es ist wirklich auch ein angenehmes Training. Du kannst es einfach von zu Hause aus machen. Auf einer Matte. Ja, was halte ich von diesem Kurs, von diesem Programm? Und ich finde dieses Programm ist kurz gehalten. Es ist definitiv auf das Wichtigste beschränkt. Ich finde es sehr gut, dass hier die Einkaufslisten fertiggestellt sind. Dass du auch fettverbrennende Naschereien bekommst. Was du eben genau beachten musst. Und dass du 5 mal am Tag essen kannst. Das Problem, was ich hier noch sehe in diesem 60 Day Dream Buddy Programm. Es ist definitiv für 60 Tage ausgelegt. Es nimmt halt schon viel in deinem Leben ein. Also wie gesagt, wenn du 5 mal am Tag essen tust nach dieser Methode. Da brauchst du halt eben auch die Zeit und die Richtung. Und du tust dich ja auch dementsprechend nach diesem Programm ausrichten. Es wird definitiv für den Zeitraum sehr gut funktionieren. Aber auf längere Sicht, denke ich, ist es vielleicht sinnvoller, diesen Kurs hier anzupassen. Beziehungsweise dieses Programm. Die Idee ist cool. Und ich bin mir sicher, dass auch viele damit Erfolge haben. Aber wie gesagt, es nimmt halt schon definitiv deine Freiheit, sage ich mal. Wenn du zum Beispiel mit Freunden mal essen gehen willst oder so. Dann musst du dich halt hier an dieses Programm herhalten. Und wenn du das wenig durchziehen willst für 60 Tage oder vielleicht sogar 90 Tage, je nachdem wie dein Gewichtsstatus ist, dann kann ich diesen Kurs hier empfehlen. Ich denke auch die Mühe, die du hier investieren musst, ist nicht zu hoch. Da die Übungen ja auch zu Hause machbar sind. Auf einer Matte oder auf dem Boden. Aber wie gesagt, auf längere Sicht würde ich den Ernährungsbereich anpassen. Vielleicht auch mit Kalorien zählen. Ich denke, man ist damit definitiv satt, da man ja fünfmal am Tag ist. Und das ist mir persönlich sehr wichtig. Und ja, das sind meine Gedanken hierzu. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Wie gesagt, wenn du es wirklich 60 Tage mal durchziehen willst, dann klick einfach mal den Link in der Videobeschreibung. Ansonsten hoffe ich, dir hat dieser Einblick weitergeholfen, sodass du jetzt eine bessere Entscheidung treffen kannst. Und vielen Dank fürs Zuschauen.